Ich wollte gerade sagen war echt ein Leckwölz hatte gerade mit der Pocket Show städt Pockett äh egal auf jeden Fall Fleisch reingezogen ja genau da Fleisch reingezogen und die Hungerbeifen dafür füllen sich nicht ja klar das war gerade mega leck ähm ich will vorschlagen wo hast du da Stattdaten Stattdaten e ich hab grad der Mensch gekriegt ja ich auch so was wieder voll fertig am Ruckeln da war mega äh ich werde da und da nochmal ne Kiste platzieren da kommt Holz rein so ja ich hab ne Quarz Quarz Schaufel aber ich werd das vorher werd ich das so ich wollte mir aber eigentlich ne Stone Pickaxe machen ich bin so ein Schwarz und jetzt hab ich mir ne Quarz Schaufel gemacht ach idiot so da dürft ihr jetzt an Holz reichen oder? guck mal rein dürft ihr jetzt erst mal reichen ach jetzt hast du das alles verarbeitet ja wenn er unbindeses haben willst ja wir müssen noch mal ein bisschen wir brauchen noch unbenuttes Holz also nicht alles weg bearbeiten aber dann machen wir nicht jetzt nicht jetzt ok was kann ich hier machen äh Kohle holen ok ja ich hätte ja sowieso losdrucken können ja aber nach unten naja nicht da oben jetzt sondern in der Hölle unten so wäre vielleicht besser ok weiß er nicht was aber ich lege vorher noch ein paar Dinge ab damit ich nicht draufgehe wenn ich fertig mal draufgehe ja ich werde die Portalgun hier lassen wenn du da unten rumrennst ja ja vielleicht sind Alter ich hab keine Fackeln willst mich verarschen ja siehst du jetzt hätten wir nicht unbearbeitetes Holz gebrauchen können weil jetzt hätten wir nicht da was kohle machen können naja pass auf die Tür kommt jetzt nicht da sind diese Stachelkristalle hm ich weiß ah damit hab ich die Tür zugeminen äh gut jetzt gehen wir eben oben raus sooo jetzt geh ich mal ach da ist ja schon Kohle ich hab natürlich keine Axt mitgenommen da rein vor Arbeit zur Kohle sein den Portalgang zieh ich jetzt mal eben was ab ja wo brauchst du denn ach so nein nein ich hab kein gelbes platziert ups so blaues Portal gesetzt so und kohle 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 hm zombie halt die Schnüss hehehe na oh was machst du was war das denn jetzt alter hier ist grad ein Creeper ohne Grund so kohle liegt jetzt links was gehört kohle ist in der äh ja ich werd mir jetzt mal hier in der Höhle meine eigene Nische einrichten nein lass das so ich mach das gleich ja ich möchte auch gerne hier was weitermachen aber ich weiß nicht was was du vor hast deswegen lass das Problem ja geh unten in der Höhle Ressourcen sammeln da wollte es doch sowieso machen ja dann kann ich ja mal weg ich wollte das gerne so äh so eine spezielle Form für Mann Aua ich werde angegriffen oh los geh weg alter dieser Zombie boah was wollt ihr eigentlich ihr Monster zombie oh ihr habt keine Schnitte gegen mich ihr könnt nur oh ala 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 ja ich hab Zuckerrohr gefunden das finde ich geil gut boah wir haben uns auch gestern genialen Film reingezogen ey ähm Paranormal Activity 4 alter übel sag ich dir kennst den äh hab ich schon zweimal gesehen alter ich finde den übel irgendwie ich hab uranium gefunden glaub ich das ist schon eine gröner so ein grünes Ohr da so ein so ein nach wie die Dinger reines Green Cerium aah lol ich sag mir auf jeden Fall erstmal die ganzen Ressourcen die hier rumfliegen boah zombie komm her Aua was willst du eigentlich was ist das jetzt Uranium aah sehr schön Leuchtet alles, das ist Wahnsinn. Das ist echt mega irgendwie. Nein! Doch, war richtig. Ha, ich hab mich nach Hause geredet von dir. Ich hab gar nicht, ich kann mit der Fockeld drin gehen. Ah, du Scherzkeks, was denkst du, was ich grad suchen war? Achso. Also ich hab grad so Holz geholt, damit ich Fackeln machen kann. Ha, ich hab deine Portal Gunn missbraucht. Ja, ich hoffe, die ist wieder an Ort und Stelle. Ja, ja, klar, sie ist wieder an Ort und Stelle. Dass ich wieder mit ihr arbeiten kann. Ist nix dran passiert. So, jetzt haben wir hier, geil, wir haben Kohle, zwei Stück. Stugli Stuckis kann ich mich torches machen. Kohle hab ich da drin, in die Kiste, ne, hast du schon gesehen? Naja, ich war aber grad Holzkohle. Naja, ich war aber grad Holzkohle. Ja, wenn ich Holzkohle war. Ja, schon klar. Ich geh immer, ähm, muss irgendwie jetzt zu dir rauf, würde ich auch, ich brauch nämlich Fockelen. Dann musst du hier hochkommen und dir welche machen. Ich bin ja irgendwie. Wieso? Nein, doch, war richtig. Du nicht Zombie, du kennst mich nicht. Du nicht Zombie, du kennst mich nicht. Ich hab dich schon gehört. Äh, ja. Das ist genau wie den Film Ohm Zombie. Den Film Ohm Zombie, kennst du den? Kann sein. Was machst du denn da? Nicht da durch, du Mongo. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin hier reingegangen. Hast du grad ne Fledermoske gekickt? Hast du grad ne Fledermoske gekickt? Ach so, die ist da reingekommen. Ach so, die ist da reingekommen. Ach, Leute. Ich wollt grad sagen, da muss ich durch. Mach ich ja nicht. Hä? Mach ich ja nicht. Mach ich ja nicht. So blöd bin ich nicht. So, Ressourcen. Wo soll ich die dazu packen? Ja, ja, da war mir klar, dass du dazu nix sagst. Das war einfach ne, äh, ja. Egal. Ich hab gesagt, ich gebe keinen Kommentar dazu. Ja, ne, sind schon klar. Ich muss meine Porto sein. Da nehm ich einfach. Nehm einen verkackten Ofen ist jetzt gerade Holzpuhl am besten. Was, mal, hast du noch meine Porto dann, äh, irgendwie bei dich? Ähm, die Mongo, die ist eine Kiste drin. Hier. Ja, jetzt hab ich die. Ja, die war eine Kiste drin. Ich war unter den Weg. In die Holzpuhl. Ach so, da kommt die Post. Okay, ja, lass mich. Ich bin nicht ganz bei der Spur, Mensch. Du bist heute echt ein bisschen. Ja, hab ich doch gesagt, Mensch. Äh, kein Kommentar. Boah, wo ist die Erde hingekommen? Hast du jetzt die Erde abgezogen? Kann nicht sein, ja, wir hatten schon 64-60er Erde. Ich hab die ganze Zeit schon Erde in meinem, im Balch. Es hat dich schon erledigt. Ich hab die Erde schon. Gut. Oh, alles mit so viel zum Abbau, Leute. Ich geh erstmal hier weiter runter. Und, da komm ich hin. Hier weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hihihi, Zuckerrohr. Hjahihi, Zuckerrohr, Hjah. Ach geil, eh. Das ist sowieso ein W definitelyer, ein Lachen, man süßladı. Seht um aus. Gib mir Stone. Brauchen wir Pilze? Stone der Last, dann. Äh, ja. Kannst du Pilze brauche ausmachen. Das ist total wichtig. Wie ist? Kann man aber benutzen um Essen zu machen. Also kannst du mitnehmen. Fette Scheiße, Alter. Ja, Alter. Ja, ich hab' einen Spinn-Sportler gefunden. Ja, lass' den meinen Ganzen verkaufen, den XP reinfahren. Neu, so, ich will nur nicht sterben. Du hast zweit aus der Kiste. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich versuche hier gerade verzweifelt, die Wende fertig zu kriegen. ich er ist ja nicht woher kommen wir haben einen entschuldigen das ist darauf äh knocken weg 2 noch werden noch mehr rutschlafen rutschlafen knoppen und eine schaum traumio um das dk 0 hat mir geben ich bin der gärtner ich sage aber vorher noch die das moos die moos steine ein ich sehe dich da und nicht ausgerichtet es ist alles ausgelobt erst mal level sammeln so wie es sich gehört ja ich sehe dich ohne leute ist noch mal kohle oh hier ist noch mal kohle genau hier wollte ich nur um die ecke gehen müssen irgendwie wenn es nur um die ecke gehen müssen da kommt gerade ein zombie optisch zu also runter hinter die herren die höhle ja soll auch ruhig ich bin beworfen ich habe keine angst vor und sommer die aber hätte schon zu tun ich habe bei den geistigen ich habe uns die im angebot für ich schwebte es ohne Luft weil ich die ganzen steine drunter weg machen machen wir hier jetzt doch mal langsam die wand Fettbrot kann nicht sein die Sturzweck das ist ein Geschwindig Lalalalalala der Hecke verschwindet ihr Schweine ihr habt keine die O Redstone ist das glaube ich oder nein Zimbao Ohr! Ohr! Zimber! Zimber! Das ist ein Zimber noch mal gewesen. Gute Frage. Muss ich mir gleich ansetzen, dann weiß ich es wieder. Ah, ich höre, oh, Zombie. Nein, hier... Verdammt! Ich komm wieder rauf. Oh, Gravel! Überall, ey, willst du mich verarschen? Das ist Ohzombie. Nein, sind zwei Zogen, ich lass mich in Ruhe, Alter.